Wir machen jetzt ein Tanz-Duell und der Verlierer muss über die Rampe des Grauens bis hin zu den Glasscherben und dem Feuer im Flur. Dieses Mal gibt es zwei Runden und yo, guck dir die Performance hier an. Alter Schwede Marvin, Junge, er macht den hier. Alter, yo, der Typ, Digga, der groovt so ab, Mann. Aber, oh, Elias, der guckt irgendwie schon komisch. Glaubt er, der packt es nicht, oder was? Yo, Bruder, chill down, wir machen den nächsten. Elias gibt alles. Oha, Alter, je, je. Digga, was ist das denn für ein Tanz? Ja, Bruder, da guckst du so, ne? Aber ich sag dir, der Bray hier, der macht auf jeden Fall stabile Moves, auch mit seinem Knie und so. Brody, komm, helf dich. Wär es von beiden besser? Like, wenn ihr sagt Marvin und abonniert, wenn ihr sagt Elias war krasser.